Hi, das hier ist ein Update-Video, in dem wir darüber reden wollen, was wir so gemacht haben und was wir machen werden. Und wir wollen die in regelmäßigen Abständen wiederholen. Und der Grund dafür ist, dass wir ja nicht gerade wenig Material produzieren und uns immer mal wieder Leute, die das schauen, sagen, dass es schwierig ist, einen Überblick zu behalten oder mitzukommen. Und daher wollen wir hier Dinge hervorheben, die wir in letzter Zeit gemacht haben, die wir euch ans Herz legen wollen, zu schauen. Und darüber reden, was wir in Zukunft machen werden, was man sich vielleicht in einen Kalender eintragen könnte, wenn man da mitmachen will. Und damit fangen wir in diesem Video auch tatsächlich an. Es geht nämlich um weitere Online-Conventions, in denen wir in nächster Zeit eine ähnliche Rolle übernehmen werden, wie schon bei den paar letzten, wo wir waren. Das heißt, wir werden dort streamen und im Stream werden wir Interviews führen, Panels halten und moderieren und Let's Plays zeigen. Und damit quasi das Bühnenprogramm von einer Online-Convention machen. Und das ist einmal die FänenCon Online am 4. und 5. Juli. Und dann ist es die mittlerweile dritte Conspiracy Convention in Zusammenarbeit mit Pegasus und anderen. Und das ist der 17. bis 19. Juli dann. Das heißt, wenn ihr wieder euch in Online-Runden werfen wollt oder das das erste Mal ausprobieren und mit uns an digitalen Spieltischen oder an der digitalen Bühne ein bisschen Zeit verbringen, dann schaut an den Wochenenden da mal rein. Zwei der Highlights, die wir an diesen beiden Conventions haben werden, zumindest für mich persönlich, sind einmal auf der FänenCon einen Talk mit DSA-Veteranen. Da werden wir mit Thomas Römer, Hartmar von Wieser und Tom Finn und wenn die Technik es mitmacht, auch mit dem DSA-Erfinder Werner Fuchs sprechen und uns ein bisschen über die früheren Zeiten von Das Schwarze Auge unterhalten. Und auf der Conspiracy Convention 3 ist, denke ich, mein Highlight, dass wir dort das Abenteuer spielen werden für Cthulhu, das wir auf der letzten Conspiracy Convention gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Autoren, Redakteuren, Regisseuren und mit dem Chefredakteur für Cthulhu geschrieben haben. Also, das könnte schon wirklich sehr spannend werden. Dann, zu den Dingen, die wir in letzter Zeit gemacht haben und die quasi schon unter Dach und Fach sind, einmal etwas, was kein Video ist. Wir können dank unserer Unterstützer auf Patreon, Steady und auf Twitch es uns leisten und wir haben es auch versprochen, dass wir alles, was wir so spielen vor der Kamera oder was wir im Lab schon gespielt haben, aufarbeiten und als PDFs herausbringen. Und je nachdem, wie die rechte Lage ist, erscheint das an unterschiedlichen Orten. Wir schicken das direkt an die Leute raus und stellen es auf unsere Seite oder es landet im Urwerkmagazin und im Fall von Das Schwarze Auge sind die PDFs dann im Skriptorium Aventuris zu finden, wo man sie sich dann runterladen kann. Wir stellen sie dafür Pay What You Want rein, was die Option ist, die es euch erlaubt, das kostenlos zu bekommen. Und da ist neu drin Gefängnis der Schatten 2. Das ist ein Abenteuer, das logischerweise eine Fortsetzung ist von einem namens Gefängnis der Schatten 1. Das erste Abenteuer war eine Zusammenarbeit unter anderem mit den Leuten von Larian Studios. Das sind diejenigen, die jetzt gerade an dem Dungeons & Dragons Spiel Baldur's Gate 3 arbeiten. Aber wir haben mit ihnen zusammen erarbeitet, dass man ein DSA-Abenteuer spielen kann und dabei die Assets und die Möglichkeiten von ihrem Game Master Mode nutzen, der ein Teil von Divinity Original Sin 2 war. Und das haben wir jetzt noch zu einem Ende gebracht, denn der erste Part, der konnte zwar für sich stehen, aber er hatte so ein bisschen am Ende noch einen Cliffhanger. Und jetzt im zweiten Teil wird das fortgesetzt und zu Ende gebracht und man kann dieselben Assets nochmal benutzen, die für den ersten Teil nötig waren. Und außerdem ist das Ganze noch ein Teil in zu vielen Geschichten, die bei uns an anderen Orten schon aufgetaucht sind. Und dazu gehören Larpsachen, aber eben auch die Geschichte um unseren Sphäronauten Asphalel, der früher sehr viel Arbeit für uns geleistet hat, wenn wir Rezensionen von Spielen abgelegt haben. Das heißt, in Gefängnis der Schatten 2 könnt ihr vielleicht mit über das Schicksal von dieser Figur entscheiden, die uns jetzt schon sehr lange begleitet hat und sehr oft in verschiedenen Dingen aufgetaucht ist. Ansonsten findet ihr im Skriptorium Aventuris von uns unter anderem einen Raya-Leitfaden für den Lab, weil ich sehr, sehr gerne Rayani im Lab spiele und möchte, dass mehr Leute da Freude dran haben und vielleicht ein paar Ideen dazu bekommen, wie man das umsetzen kann. Und wir haben auch den ersten Teil natürlich von Gefängnis der Schatten dort und das Regelwerk, das wir verwenden, um unsere Let's Plays von Das Schwarze Auge in letzter Zeit zu spielen, wie zum Beispiel in der Semialer-Kampagne oder in der Sieben-Gezeichneten-Kampagne. Dann, oh, das Wort Crossover ist ohnehin schon gefallen in diesem Video und auch jetzt wird es wichtig. Wir haben vor einer Weile zu Beginn der Corona-Krise ja angefangen, regelmäßig an Samstagen Crossover-Aktionen zu starten und inzwischen hat sich das so entwickelt, dass wir regelmäßig Gast SL bei uns im Kanal haben, die einfach mal zeigen, wie ihr Stil so ist, was sie so drauf haben. Und diese Videos finden sich dann, je nachdem, wie die ganze Kooperation funktionierte und wohin das Ganze gegangen ist, auf unterschiedlichen Kanälen. Das heißt, schaut nicht nur bei uns, sondern jeweils auch bei den Leuten, die das geleitet haben. Das war in letzter Zeit unter anderem Beyond the Wall, das wir zusammen mit System Matters gespielt haben und das Teil einer digitalen Ausstellung zum Thema Dorf und Dörflichkeit war. Und zuletzt Cthulhu mit Life von Tabletales, wo wir in eine klassische Lovecraft-Geschichte hineingeworfen wurden. Das heißt, wenn ihr da mal ein bisschen Abwechslung haben wollt und anderen SLs für die Schulter schauen wollt, könnt ihr danach suchen. Ihr hört, wie oben jemand über die knarzenden Fliesen oder knarzenden Holzpanelen geht und dann die Tür ins Schloss fällt. Ihr steht alleine unten und ihr hört irgendetwas beim Brunnen, das versucht hochzukommen, hinter der Tür, die nun angelehnt ist. Noch scheinbar relativ weit unten. Wahrscheinlich geht es da tief hinab. Aber ihr seid jetzt quasi eingekerkert in diesem Raum, den ihr natürlich verlassen könnt. Das Atelier, ja, dann laufe ich zu der Atelier-Tür. Also der Brunnenraum ist jetzt abgesperrt von uns, habe ich das richtig verstanden, ja? Ja, die Tür dazu ist angelehnt worden und jetzt hört ihr quasi im Brunnen irgendetwas krabbeln, was ihr wahrscheinlich davor nicht gehört habt. Wenn wir schon bei Suchen sind, das ist nicht immer ganz einfach bei einem Kanal, der so groß ist wie unserer, wo wir auf YouTube an die 2000 Videos mittlerweile haben. Und dort für Ordnung zu sorgen und alles zuzuordnen, ist für Nico auch ein sehr wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Und das heißt, es wurden wieder die Playlists ein bisschen umstrukturiert und vor allen Dingen dabei ein Augenmerk darauf gelegt, wie gut zugänglich das für Neulinge ist. Und deswegen gibt es unter anderem zum Beispiel auch eine Playlist für Leute, die ganz frisch in das Thema Rollenspiel reinschnuppern. Nicht nur mit SL-Tipps-Videos, sondern generell mit Erklärvideos. Was ist das eigentlich für ein Hobby und wofür könnte man sich da in diesem Feld interessieren? Das war's mit den spezifischen Updates. Generell, wie immer, wenn ihr etwas sucht, haltet euch an die Playlists, wie gerade erklärt. Wenn ihr wissen wollt, wann wir streamen und wann verschiedene Aktionen passieren, dann werft einen Blick jeweils auf unsere Kalender. Wir haben einen größeren auf der Orkenspalter-TV-Seite, aber wir haben auch jeweils immer einen Wochenplan. Den findet ihr auf unseren ganzen Social Media und auch auf Twitch als Hintergrund. Und dann wisst ihr, wann etwas laufen könnte, wofür euch interessiert und wo es sich lohnen könnte, mit dabei zu sein. Und dazu gehören, wie gesagt, auch unter anderem laufende Kampagnen, wie die schon erwähnte sieben Gezeichneten, die wir mit zwei Teams durchspielen. Wir schaffen das in unter 30 Jahren. Und gleichzeitig läuft auch eine Star Trek Adventures-Reihe mit Gastspielleiterin Julia, wo wir die kleine USS Hawking irgendwo fern im tiefen Weltall in der Zukunft begleiten. Das sind die Dinge, die vor kurzem gelaufen sind, die gerade laufen und die in Zukunft interessant sein dürften. Ich hoffe, ihr findet darunter auch etwas, was euch gefallen könnte und wo wir uns dann sehen können auf Conventions, in Chats, in Streams. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video streamen, bis zur nächsten Convention. Macht's gut!